ja leute willkommen zurück zu einem neuen video ich hab heute die schlechteste laune die man haben kann und wir sind hier wieder auf in einem neuen video und ja um mein rücken trägt ziemlich viel ein backpack ein cape und flügel genau ich bin gerade am essen nicht in meiner autonome herzlich so gut er erstellt eine polizei uniform oder genau ich bin jetzt gerade nur bei den hut zu erstellen der hat hervorragend und wir vielleicht am titel gesehen habt wir haben ein neues gebäude in der stadt das zeige ich euch aber jetzt noch nicht und zwar ich zeige jetzt was weiß ich schon muss doch nur bevor ich war vorhin schon der stadt noch wurde offen gekommen ist ja nur habe ich gerade eben so weibel wissen du weißt ich weiß ein farbstoff das ist so schwer den zu finden hier muss halt noch weh kindern genau hier ist jetzt mal gewachsen hier kann ich so machen so ob da kommt man kann man halt hier so lang gehen das soll so ein wald jogger weg sein wo man auch mit dem hund gassi gehen kann oder so blöde ist bloß noch ich weiß nicht wie so ein polizeihelm aussieht deshalb muss ich jetzt leider polizisten haben nie so wenn man hell auf wartet mal ok leute bin wieder da meine schlechte laune hat halt früh schon denken damit dass man immer mich aufgeweckt hat doch polizisten hat immer weiße hüte neun schau dir auf streifen gut dann mache ich aber ohne hüte also ich mache habe hier so eine kleine höhle geschüttelt da ich die auf einmal die du hier das ist sicherlich auf einmal nicht schicken wenn ich sie gerade nur schreien ja mein dad hat gerufen das hat man glaube ich in aufnahmen gehört was würdest du nehmen also ich habe schon links genommen ich mag und schicken los genau und zwar erzähl ich euch gleich wieso mein tag heute so schlecht ist ich weiß nicht ob das besser aussieht oder hier so ein bisschen gröber kann ja mal an die später bewerten der macht gerade aber seine mod aber das ist ja sowieso wichtig wird es für den server das brauchen wir und genau da also das hat alles so begonnen mit meine mom kam rein hat mich geweckt rollladen auf fenster hoch direkt kalte luft in meine in mein gesicht meine freie ich wollte gerade nicht aussprechen egal ja dann war mein tag schon gelaufen dann habe ich ein tik tok video gedreht und jetzt wurde mein tik tok account permanent gesperrt also das war's mit tik tok ich werde kein tik tok mehr machen es kommt jetzt nur noch youtube videos jetzt habe ich mir auch mehr zeit für youtube und mehr insta also abonniert mich so besser so abonniert mich alle auf instagram ich heißt dort ich schreibe es in die kommentare ich möchte jetzt nicht laut aussprechen da mein fenster offen ist genau an die nachbarn neue kugel genau und jetzt bin ich kann auch also ich hätte noch einen account aber auf dem kann ich nichts mehr machen ich kann mich nichts mehr einloggen und ja deswegen das war's jetzt auch also ich hätte keinen tik tok mehr machen mal schauen wie lange aber ich denke jetzt mal für immer es sein ich kriege irgendwann mal meinen account zurück aber dann werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr machen genau wir holen uns mal schnell mein auto also thema 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 genau tik tok nur noch tik tok und was für tik tok insta und youtube und jetzt habe ich noch mehr zeit für streams genau ich hatte dort zwei jahre lange harte arbeit reingesteckt mit 3650 verloren sie mit 20.000 likes auf alle videos aber so leicht geht und zwar ich glaube da habe ich euch auch noch nicht gezeigt und zwar das fahnen land was ich gebaut habe das ist kostenlos wird auch wahrscheinlich kostenlos bleiben und das hier ist eine schöne trampolin halle hier kann man ein bisschen rum springen wenn man glück hat kommt man hier oben hier kann man chillen hier kann man so springen hier hat man trampoline und das ist das fahnen land eigentlich einfach nur klein und simpel dass sie sind hüpfbung kann ja auf dem wolle land das ist halt etwas abgedämpfter ist genau dann können wir weiterfahren ja da seht ihr mein neues gebäude steht jetzt hier hinten in der ecke und hier ist auch das schwimmbad wir haben jetzt auch parkplätze ich weiß nicht habe ich euch das schon mal gezeigt ich weiß es nicht so dann hier kann man sich ein ticket kaufen sagen du kaufst du ein ticket legst es da rein gehen die türen auf nimmst es dir raus und dann hast du ein ticket halt für immer dann kannst du halt hier springen wir alles sind immer oh mein gott ich habe militärhubschrauber wieso schwimmt sind in diesem pool tintenfische das ist ein schwimmbad jungs sogar fische also leute hier ist salzwasser drin noch einmal so wir werden ja sowieso mob spawn ausschalten was wenn dann das aber fertig ist ja das keine mobs so spawnen ja weil sonst läuft für überall herum noch vor allem als bond vor der kuh aber also wir wollen nicht so einstellen dass du halt es ist keine zombies und so aber du kriegst ich weiß nicht ob es so eine extra command mod gibt oder ob es dafür ein command gibt genau und hier seht ihr das gebäude und ja leute das hier fliegt nicht das ist fest ich habe das mal ein bisschen somit schiesel und bits gebaut hier muss dann noch was rein das mache ich jetzt aber noch nicht ist klein und simple jeder weiß jetzt glaube ich schon was das ist ich schreibe es auch mal hier rein es soll eine überraschung sein für den lieben an die genau ja und zur gehen wir noch mal auf social media also mit tik tok bin ich jetzt durch ich es hat mir spaß gemacht immer kleine videos oder so mein leben mit euch zu teilen aber dann muss halt jetzt ins daher also macht euch jetzt bereit auf insta kommen jetzt stories videos gefüllt wahrscheinlich kommen jeden tag jetzt fünf videos oder so genau wie auf tik tok nur weil ich dass ich in die beschäftigung habe und da kommt irgendein hirnloser zeug auf www.shop.phoenix.de gibt es so ein shop lassen wir schnell googeln wartet mal wir googeln jetzt ob es einen shop gibt der so heiß wurde ganz schnell so das minecraft machen wir weg so hier sehen wir den desktop und jetzt gehen wir ein ja und ich ja 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 www.shop.phoenix unterstrich das öffner ausbrechen phoenix ja man schreibt sie mit ph deswegen phoenix po nix po nix po nix phoenix hd gibt es so ein shop harry potter und der ohren des phoenix hd ist alle es gibt über den sender der phoenix heißt also ist voll erstaunlich natürlich seht ihr jetzt natürlich gar so perfekt ähm ja also leute ähm insta vielleicht mache ich auch jetzt also es werden jetzt nicht mehr youtube videos kommen soll ich vlogs machen hier auf ding von meinem leben würdet ihr euch das angucken schreibt mal in die kommentare irgendwie auf meinem anderen account sind die kommentare ausgeschaltet ich habe irgendwas gemacht und ich bin so doof die wieder einzuschalten ja genau die polizei ja da bin ich mir noch ein bisschen unsicher also hier hat man schöne viele m4 hat man auch lange waffen und hier ist polizeikleidung genau und ich werde gleich noch ein video drehen direkt nachdem deswegen ist das kürzer nur zehn minuten aber ich stelle das video kommt um 12 uhr und da stelle ich was vor deswegen ja seid gespannt und schaltet auch da wieder ein und dann sehen wir uns bis dahin ciao leute und checkt insta